Und da ist man richtig bei der Firma Lausermeyer aus Haag, dem Komplettausstatter für Küche und Gastronomie. Es geht von der Planung bis zur Montage über den Service von sämtlichen Anlagen, die Gastronomie und Selbstvermärkte betreffen. Ein großes Fokus liegt natürlich auf Kälteanlagen, wobei wir gewerbliche Kälte bis zum Kühlschrank runter anbieten. Auch Klimaanlagen für den privaten Bereich und für den gewerblichen Bereich. In diesem Bereich sind wir wirklich sehr stark und können auch wirklich gute Preise machen. Und haben einfach langjährige Erfahrungen. Auf der Messe zeigte der Großanbieter die neuesten Geräte. Es ist so, dass wir die Geräte von Rational präsentieren. Es ist Weltmarktführer bei Kombidämpfer, thermische Küche generell. Also wir stellen da genau zwei Geräte vor, einen Kombidämpfer und eine Kippradpfanne, mit der man 90% der thermischen Küche abdecken kann. Was für ein Wirt eine super Sache ist, weil es sind einmal Investitionskosten, die weniger sind. Und man kann auch wirklich sehr effizient und fängig bloß arbeiten damit. Mit zusätzlichen Angeboten werden die Kunden auf dem Laufenden gehalten. Bei uns im Betrieb ist ein Schauraum da, es ist eine Schauküche da. Wir haben regelmäßig Veranstaltungen, wo die Geräte vorgestellt werden. Ist bei uns alles im Haus zum Ausprobieren. Teilweise machen wir es auch, dass wir die Geräte zur Verfügung stellen, dass man sie daheim einmal ausprobieren kann. Über Probestellungen machen wir auch. Außerdem bietet die Firma Lausermeyer einen 24-Stunden-Notfalldienst.